Nennen Sie die beiden Ziele organisatorischer Systeme und grenzen Sie diese, also die Ziele, voneinander ab. Keine leichte Frage, denn zu diesem Begriff Ziele gibt es natürlich unendlich viel. Gemeint ist hier die Unterscheidung in Sachziel und Formalziel. Und das Sachziel hat zu tun mit der Marktaufgabe des Unternehmens, also welche Produkte, welche Dienstleistungen werden angeboten. Das sind die Sachen sozusagen. Und das Formalziel hat damit zu tun, wie mit diesen Gütern und Dienstleistungen umgegangen wird. Sodass man sagen kann, das Sachziel ist das WAS und das Formalziel ist das WIE. Ja, das ist die Abgrenzung, das ist die Unterscheidung. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.